servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit wie ich finde ganz coolen neuigkeiten und zwar wird es im patch 9.1 wieder ein quasi set bonus geben nur eben ein bisschen auf andere art und weise als wir das bisher kannten sonst war es ja immer so dass diese set boni über skier kam ein prominentes beispiel sind eben die t-sets die in shadowlands zurückkehren sollen aber noch nicht in 9.1 dort werden wir nämlich im neuen raid im sanctum der herrschaft die sogenannten splitter der herrschaft bekommen können das sind letzten endes sockel es wird gear droppen auf denen plätze sind für sogenannte sockel der herrschaft und diese dinger haben drei verschiedene farben quasi wir haben rote blutsplitter blaue frost splitter und dann quasi lila unholy splitter oder unheilige splitter und das ganze wird quasi in drei kategorien eingeteilt wir haben bei jeder farbe jeweils einen offensiven kristall oder splitter ein heilung splitter und einen überleben splitter klar offensiv sind sachen die sich auf euren damage auswirken heilung pusht euren heal oder absorb oder sonst irgendwas und bei den überleben splitter haben wir zum beispiel so sachen dabei dass wenn ihr still steht ein absorb shield bekommt dass euer movement speed erhöht wird oder dass euer lebensraub erhöht wird also alles was euch da passiv ein bisschen hilft wenn ihr also dann von diesen drei farben oder attributen blut frost unheilig drei verschiedene sockel in eurer ausrüstung habt also spricht dann wenn der offensive einen hiel kristall splitter und ein überleben splitter bekommt ihr ein set bonus und dieser ist aktiv in dem schlund in der neuen zone cortia und im sanctum der herrschaft die splitter selbst funktionieren überall den bonus bekommt ihr immer diesen dreier set bonus wenn ihr ihn aktiviert habt aber nur in eben jenen drei zonen wollen wir uns mal anschauen welche boni es gibt wenn ihr dreier oder den dreier bonus für die blutsplitter aktiviert habt bekommt ihr die fähigkeit blatt link während ihr im schlund oder torgast seid bekommt ihr eine blut verbindung wenn ihr einen gegner angreift das pulsiert für alle drei sekunden verursacht schattenschaden und heilt euch um 100 prozent des verursachten schadens wenn ihr dadurch overhealt werdet wird davon ein nahe verbündeter getroffen also das hört sich ganz interessant an für die sag ich mal survivability würde ich jetzt mal sagen dann haben wir das frost bonus set wie auch immer winds of winter während ihr in eben jenen zonen seid immer wenn ihr dann ein krit landet sammelt der wind 6 prozent des verursachten schadens an bis zu einem gewissen limit pro krit alle 20 sekunden wird dieser wind entfesselt und verursacht frostschaden in höhe der menge dieses angesammelten schadens von vorher außerdem werdet ihr in einen wind gehüllt der 20 sekunden lang 100 prozent des erlittenen schadens absorbiert das hängt davon ab wie viel schaden ihr vorher verursacht hat also es ist dieselbe menge die ihr quasi verursacht habt die wird bekommt ihr dann noch mal als absorb shield und dann haben wir noch das unholy set was ich persönlich für die ds auf den ersten blick am coolsten finde fähigkeiten und zauber haben die chance einen seelen fragment aus eurem ziel zu ziehen das gibt euch x primärstart für 30 sekunden stackt bis zu 15 mal also habt ihr da schon mal die ganze zeit einen mainstead stack oben bei 15 erreichten stacks aktiviert ihr die fähigkeit chaos bane also so wie dieser bonus auch heißt chaos flug höchstwahrscheinlich macht schattenschaden der auf nahe ziele aufgeteilt wird und gibt euch für 15 sekunden das steht hier nicht drin und da auch nicht 300 mainstead und das ist gerade wenn man dann noch cds dazu ziehen kann ziemlich ziemlich sexy ballert also schon ganz gut rein alles in allem finde ich ganz interessant aber was ich noch nicht so ganz verstehe ist wieder die sache bezüglich balancing also weiß ich nicht man ist so schon oder es ist so schon schwer genug klassen zu balancen dann hatten wir mit patch oder mit shadowlands dann noch die pakt fähigkeiten wo du alle klassen quasi balancen musstest auf vier verschiedene pakte dann oder jeden speck sogar theoretisch dann hast du legendaries die dazu kommen und dann haben wir jetzt noch diese splitter der herrschaft und dann noch einen set bonus der ja auch gebalanced werden will also das finde ich interessant sagen wir es mal so weil es wird mit sicherheit klassen geben auch wenn zum beispiel menschen für alle ziele oder für eigentlich jeden dd ziemlich stark ist aber es wird sicherlich welche geben die davon mehr profitieren als andere ich sag mal in der convoke mit 300 mainstead mehr da ballast du als eule halt noch krasser raus also ich bin mal gespannt ob das ganze am ende vielleicht nicht doch nach hinten losgeht wir werden sehen bei den charts selber sind auch ein paar interessante fähigkeiten dabei also ich finde zum beispiel auch den unholy effekt am nettesten und da ist zum beispiel der offensive effekt des unholy splitters dass ihr 0,5 prozent mehr schaden gegen das ziel macht das ist bis zu dreimal stackbar also nochmal 1,5 prozent mehr schaden plus dann einen dicken int prog und das klingt alles in allem schon ganz gut muss ich sagen schauen wir mal wie sie es dann letzten endes auf dem live server spielen wird ob blizzard da nochmal was anpasst also schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet ich bin sehr gespannt damit danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like ein abo da aktiviert die glocke damit würde ihr mir sehr sehr helfen vielen vielen dank habt noch einen schönen tag bis zum nächsten mal und rein gehauen auch sehen wir diskutieren ein auch